Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss euch heute das neue Set von Lina zeigen. Und sie steht auch schon da hinten. Ja, und ich finde, oh, jetzt will sie sich gleich wälzen. Aber sie hat ja eine Decke an und ja, das ist auch gut. Oh, ja, da hinten steht sie. Ja, ich denke, legen wir gleich mal los. Mal gucken, wo? Also ich gehe mal zu ihr. Oh, sie ist so süß. Guckt sie euch mal an. Guckt sie euch an. Sie ist so schön. Ich finde sie natürlich wunderschön, aber sie hat hier hinten, wenn das mal scharf wird. Ja, so sieht man es. Noch so pinke Loom-Gummis drin und Loom-Banner. Ja, ich hole gleich mal ihr Sattelpad. Also, ja, ihr neues Set. So, ich habe jetzt ihr Sattelpad angezogen. Und Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch mal diese schönen Gamaschen an. Die sind so schön. Also Bandagen. Oh, ja, die sind so schön. Ja, also sie hat auch noch diese Verbracke und ich finde die auch mega schön. Aber ich habe ihr jetzt das angezogen, weil ich finde... Also, die tue ich mal da zur Seite. So. Ich finde, das passt jetzt klar besser. Ja. So. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und lasst einen Daumen nach oben hier, wenn es euch gefallen hat. Tschüss.